It's your boy! Skinny P. Meine Damen und Herren, ich habe eine Frage an euch. Und zwar habe ich die Frage sogar schon vor einem Jahr mal gestellt. Was schaut ihr denn so auf YouTube? Also, wen schaut ihr denn alles? Äh, hallo? Oh! Er kommt da reingefahren, ey. Wen schaut ihr alles so im deutschen Bereich? Hinsichtlich, äh, muss nicht zwingend CSGO sein, sondern kann einfach irgendwas sein. Ist eigentlich wurscht was. Was schaut ihr da so? Aber jetzt schon im deutschen Bereich. Ich sag mal, aus marktforschungstechnischen Gründen. Seid ihr da so Trilux-Fans? Äh, Dalu, äh, Vex? Ähm, Bubbler-Fans? Wie sieht das bei euch aus? Also, ihr müsst jetzt mal ein bisschen aufholen, was ist hier los? Hallo? Ah! Okay. Oh! Ich habe diese Hektik komplett vergessen. Wie hektisch das hier ist in diesem Arms Race-Booms. Du wirst ja ständig von allen möglichen Seiten angedödelt. Oh, die kriegst du die Kills dann auch geklaut. Also, der Fräschchen! Die Frage habe ich vorhin im Jahr mal gestellt. Da waren ganz, ganz viele bei, äh, Trilux noch mit am Start. Und auch ganz viele, ähm, bei Vex. Ja, wie sieht das aktuell aus? Aha, Heekfalle. Uh! Noch den Sack mitgenommen. Das war aber knapp. In dem letzten Jahr hat sich einiges getan. Und da wir eben viele neue Leute bekommen haben, dachte ich, ist es vielleicht ganz interessant zu erfahren, wie das dann bei euch, gerade bei den Neuen eben, aber auch bei den Alten, so aussieht, wie es sich verändert hat und so weiter und so fort. Kurzum, wie sich das im Moment gerade verhält. So, am ersten Platz mit der Pump ist das schon mal nicht schlecht. Also, ich bin immer froh, wenn die Pump instant... Oh, 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 oh! Pass auf, da ist einer. Bo! Ah, es ist meiner! Scheiße, nein! Ich hab mich schon so gefreut. Ah, so, weg mit dem Dipp. Sind die vielleicht Gegner anwesend? Oh! Oh! Der hat genascht. Oh! So schnell war ich, glaube ich, schon länger nicht mehr mit der Pump fertig. Das ist ja schön, ne? Wo ist gerade welche Seite? Ah, ja, hier. Hallo, Gegner? Ah, ich hasse es, wenn ich in der Mitte stehe und nichts da ist. Hallo? Oh! So! Ja, mit der IOP haben wir jetzt gerade gestern wieder festgestellt, bin ich irgendwie so on point wie schon lange nicht mehr. Ich spiele sie auch sehr oft, also in letzter Zeit. Es ist wirklich, wirklich nicht selten, dass ich das Ding, dass ich das Ding, oh, oh, so viele. Ha, er kommt echt noch raus. Ja, da seid ihr so oft spiele. Das ist ziemlich nass, ziemlich nass. Achso, und diese Frage hinsichtlich, wen, was, wie und warum ihr so schaut, ist nicht nur auf YouTube bezogen. Da könnt ihr gerne auch wegen Twitch und so weiter, ne? Also einfach mal raushauen, was der da noch so treibt. Und es müssen auch keine Riesen-YouTuber sein, ne? Einfach generell, wen ihr gerade so schaut. Irrelevant, wie groß, klein oder dick derjenige ist. So, ich würde mich gerne vorne halten, meine Damen und Herren. Vielleicht so ein bisschen erster Platz. Wäre fürs erste Mal seit langem wieder nicht schlecht. Oh, ich schieße in meinen Mate rein, ne? Der Mate hat ihn einfach geschützt. So. Oh, der eine ist vor mir. Ne, 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 ne. Jetzt schülle ich mich halt hier mal hin und käme rum. So. Mir fühlt sich das an, ha, wenn hier hinten einer steht. Scheiße, ne? Ja, ja. Da bin ich, glaube ich... Oh, der hat noch einen Headshot gefressen da hinten. No! Nein, 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 der holt mich ein. Nein! Nein! Ich schwüre ihre Lappenhaftigkeit. Sie darf mich nicht einholen. So. Gehe ich da runter? Ne, das mache ich nicht. Da ist gleich einer. Nein, nein, nein. Oh. Okay, ich bin vorne. Ich bin vorne! Ah! Übrigens, vielen Dank für gestern für den wahnsinnig geilen Stream. Wir haben so reingezockt, reingebockt. Oh, nein, das Knife. Ich kotze. Lasst mir doch den win, Jungs. Das ist ein CT, der das Knife hat. Gucken wir halt mal. So. Oh, okay. Er hat keinen Knife mehr, der CT, aber einer von uns hat einen Knife. Aha. Ich habe auch einen Knife. Schön. Freut mich, freut mich. Jetzt. Oh nein. Drei Knives. Jetzt muss er neigehen, der Kill. Jetzt muss er neigehen. Kann vielleicht jemand runterfallen zu mir? Da ist einer drinnen, der links. Wunder, wunderschön. So kann das gerne immer laufen, meine Damen und Herren. Komm, schreibe mal, äh, äh, well played hin. Passiv, aggressiv. Was kann ich sagen, Mursche? Der empfängt mich das Spiel einfach mal mit einem Sieg wieder im Arms Race. Wunderschön. Wie gesagt, der Stream gestern war sehr, sehr geil. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass neue Leute wieder da waren im Stream. Also es bekommen immer mehr Leute mit, dass überhaupt Streams vorhanden sind. Es gibt Menschen, die gucken mich scheinbar seit dem Jahr und raffen nicht, dass ich stream. Oder fragen dann, äh, wo streamst du? Auf YouTube? Und ich sage es irgendwie 80 Milliarden Mal in der Woche. Wann, wie, wo und warum. Und ich weiß, dass unter diesem Video jetzt auch ganz oft geschrieben wird. Was? Das du, äh, ha, ha. You're so funny right now. Und jetzt ratet doch mal, wer das letzte YouTube-Giveaway gewonnen hat. Richtig. Let Tiggity hat das letzte große Giveaway gewonnen. Diese kleinen Giveaways, die immer in den Videos stattfinden. So wie auch in diesem hier. Einfach nur unter denen, die kommentieren. Da wird kein Wiener vorgestellt, ne? Weil der Wiener von mir angeschrieben wird. Nur noch so nebenbei, da gab es scheinbar Unklarheiten. Let, schreib mich einfach hier unter diesem Video an und sag, hey, cool, ich hab gewonnen. Und dann sag ich, ja, und dann frage ich nach deinem Trade-Link. Aber ich frage erst schriftlich nach deinem Trade-Link. Also bitte nicht direkt den Trade-Link posten. Das nächste Giveaway startet dann die kommenden Tage. Also direkt wieder eins hinten dran. Also so ein großes, das eben 10 Tage läuft. Unter den Sachen, die ich vorgestellt hab vor kurzem da. Die M4, AK, AWP und so weiter. Was das halt war, ne? Ich glaube, es waren auch ein paar geile Pistols dabei. Ja, dann wird dann einfach das nächste rausgehauen. Das Knife-Giveaway läuft immer noch auf Twitch. Also wenn man da einsteigen möchte, kann man einfach in die Streams reinkommen. Die Zeiten stehen in der Beschreibung, der Link dazu auch. Ciao, ciao!